Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video. Ja, Bitcoin pumpt momentan ein bisschen, auch wenn es nur 100 Dollar sind, aber Ethereum dafür doppelt und dreifach so hoch. Wie es jetzt weitergeht, welche Level wir auf jeden Fall jetzt im Blick behalten sollten, das schauen wir uns jetzt im heutigen Video an. Ansonsten, bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe kommen. Dort wurden jetzt wieder zwei Trades wieder in den Take-Profit befördert, sage ich jetzt einfach mal so. Also gerne reinkommen, wer das nicht verpassen will. Und ja, damit auch genug Eigenwerbung gemacht. Ach nee, heute Abend 19 Uhr, erster Livestream an einem Mittwoch. Also gerne, wer Bock hat, gerne dazukommen. Gut, damit jetzt genug aber Eigenwerbung gemacht. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 16.830 US-Dollar. Wir hatten sogar einen kleinen Pump bis ungefähr 16.900 US-Dollar. Damit wurde unser Take-Profit 2 von unserem Bitcoin-Trade, den wir bei 16.490 US-Dollar öffnet haben, erreicht. Trotzdem gilt es jetzt ein bisschen vorsichtig zu sein. Und zwar, wir schauen uns mal ganz kurz den Traders-Reality-Indikator an. Und zwar, wir haben ja drüber gesprochen, Psy-Range und sowas. Hatten wir ein schönes Breakout gehabt. Passt auch alles stimmig. Kleiner doppelter Boden, so wie es eigentlich üblich sein soll. Und danach drei Pushes. So, wir hatten Nummer 1 Push nach oben. Dann eben diese Konsolidierungsphase. Nochmal diesen kleinen Dump, in Anführungszeichen, bis 16.600 US-Dollar. Und jetzt eben den zweiten Peak. So, das heißt, wir müssten noch mindestens mit einem dritten, wenn nicht sogar vierten Peak rechnen. Und wo könnte uns der hinführen? Das schauen wir uns nochmal ein bisschen an. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine neue Vektor-Candle gebildet. Die geht bis ungefähr 16.700 US-Dollar. So, merkt euch das. Dann ziehen wir ganz kurz mal das FIP-Level dazu. Und schauen uns mal an, wo unsere Support-Zonen liegen. Und die liegen von unserem Golden Pocket aus direkt bei 16.720 US-Dollar. Das habe ich heute früh schon in der Telegram-Gruppe ein bisschen angeteasert. Eventuell, auch wenn jetzt unser BTC-Long momentan super läuft, eröffnen wir dort nochmal ein. Da werde ich aber nochmal separat dann Setup in die Gruppe posten. Weil es passt ganz gut. Einerseits die Vektor-Candle. Andererseits hier unten diese kleine 1-Stunden-Demand-Zone mit ungefähr 16.640. Risk würde sich auf jeden Fall meines Erachtens nach in Grenzen halten. Wir wären hier bei 0,5 bis 0,6% Risk. Also absolut in Ordnung. Ich finde, da können wir sogar nochmal einen kleinen Trade reinwagen. Aber jetzt warten wir erstmal ab, wie sich hier das alles ausgeht. Ob wir hier oben konsolidieren und dann schon gleich die nächsten Push nach oben hinkriegen. Das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Ansonsten kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir jetzt hier erst nochmal runterkommen, den Vektor füllen ins Golden Pocket, hier ein bisschen konsolidieren und dann eben den nächsten Push nach oben hinbringen könnten. Und da kommt dann wieder unser Zielbereich immer ein bisschen näher. Das haben wir ja schon die letzten Tage immer mal wieder eingezeichnet. Und so diese 17.000, was haben wir hier unser Hoch? 17.048, das ist unser Hoch. Das müssen wir nicht auf 1-Stunden-Sondern auf 4-Stunden-Basis auf jeden Fall rausnehmen. Das ist unser übergeordnetes Ziel. Hier haben wir auch Take Profit. Ah ne, Take Profit 3 haben wir glaube ich bei 17.250 gemacht. Eventuell passe ich den nochmal an. Sollten wir hier ein 4-Stunden-Close nicht drüber kriegen, werde ich den Take Profit anpassen, kriegen wir den, dann kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier in Richtung 17.250 oder 17.400 US-Dollar vorstoßen. Darüber sprechen wir jetzt auch schon des Längeren. Wir haben hier oben die Ineffizienz. Wir sind in der Nähe des Golden Pockets. Wir haben hier oben eine 1-Stunden- und 4-Stunden-Supply-Zone, also dicken, dicken Widerstand. Und deswegen momentan vorerst Take Profit 3 hier oben in der Region. Sollten wir kein 4-Stunden-Close bei 17.050 US-Dollar bekommen, ist die ganze Sache ein bisschen valide oder invalide. Und dann würde ich da auf jeden Fall schon den größten Teil der Position dann erstmal zumachen. Im 1-Stunden-Chart, RSI übergekauft momentan. Also auch hier spricht erstmal alles dafür, dass wir nochmal kurz runtergehen könnten. Hier zwischen 17.750 und 17.718 US-Dollar. Das sind die Level, die wir jetzt erstmal im Auge behalten. Vielleicht beim 0,5er schon long gehen, würde halt das Risk nochmal ein bisschen erhöhen. Aber gut, schauen wir alles mal. Werde ich mir jetzt in den nächsten Minuten oder in den nächsten 1-2 Stunden nochmal Gedanken drüber machen. Ansonsten sehen wir uns ja heute Abend im Livestream dann nochmal um 19 Uhr und können das alles nochmal ein bisschen nachhaltiger besprechen. Aber wichtig, merkt euch, wenn wir jetzt keine Korrektur reinkriegen, müssen wir einen 4-Stunden-Close über diese 17.048 US-Dollar kriegen. Dann bin ich auf jeden Fall bullisch, dass wir hier oben nochmal hochkommen. Ansonsten Korrekturwelle und dann locker Richtung 15.000, 16.000. Auf jeden Fall nochmal im Bereich des Möglichen. Aber wie gesagt, wir haben noch einen Push übrig. Laut Vector Candle Theorie, dass wir diesen einen Push im Laufe des Tages vielleicht auch erst morgen kriegen. Aber das ist so momentan der Stand. Aber heute Abend um 20 Uhr kommen auch noch die FOMC-Protokolle, die könnten auch nochmal ein bisschen Bewegung reinbringen wegen Zinsen und sowas. Also darauf bitte heute Abend auch nochmal achten. Gut, dann kommen wir auch gleich schon zu Ethereum. Ethereum nämlich auch ordentlich nach oben geballert. Erstmal noch ein großes Sorry. Also ich habe gestern das Setup vergessen, aber auch zu meiner Entschuldigung, wir wären eh nicht abgeholt worden. Warum wären wir nicht abgeholt worden? Weil ein gewisser Manu hier wieder ein bisschen zu gierig gewesen wäre. Und zwar, ihr könnt euch daran erinnern, wir haben ja darüber gesprochen, einerseits unser FIP-Level, was genau eigentlich gepasst hätte bei 1203. Aber ich habe ja dazu gesagt, wir haben hier unten eine 1-Stunden-Demand, die haben wir schon eingezeichnet. Und wir hatten da auch noch einen Vektor. Und ich hätte den Entry eigentlich auf 1202 gesetzt. Das heißt, wir wären sowieso nicht abgeholt worden. Deswegen tut mir einerseits leid, dass ich es vergessen habe, den zu posten. Andererseits wären wir eh nicht abgeholt worden. Und wir haben noch den Trade bei 1153 und 1180 offen. Dadurch wurde jetzt natürlich auch Take Profit 2 oder beziehungsweise 3 hier erreicht. Ich habe den bei 1180 komplett geschlossen, um die Profite zu sichern. Den bei 1153 aufgrund des guten Entries lassen wir erstmal offen. Das habe ich aber heute früh auch in die Telegram-Gruppe geschrieben. Warum? Weil ich den gerne noch ein bisschen als Hedge nehmen würde. Weil ich auch dazu geschrieben habe vorhin, okay, Short-Position ist offen. Die wurde hier oben bei den 1255 oder 1254 getriggert. Aufgrund der Ineffizienz, wo wir die Tage schon mal drüber gesprochen haben. Wir haben jetzt auch eine Bearish Divergence hier drin. Das heißt, auch hier rechne ich erst einmal mit einer kleinen Korrektur, um diesen Vektor möglicherweise zu füllen. Wir machen mal ganz kurz das GP hier weg. Und ziehen jetzt mal ein neues Golden Pocket, beziehungsweise ein neues FIP-Level von unserem Pump-Beginn bis zu unserem Hoch. Würde eine Korrektur ungefähr bis 1224 US-Dollar bedeuten. Passt auch ganz gut. Vorher extremer Widerstand hier in dieser Zone zwischen 1225 und 1230. Sollten wir hier jetzt nochmal Support reinkriegen. Also wir zeichnen das jetzt mal ein bisschen anders ein. So ist jetzt die momentane Welle, wo ich es mir vorstelle. Irgendwo in diesem Bereich sollten wir hier wirklich nochmal hinkommen. Gleiches Szenario wie bei Bitcoin, Golden Pocket. Sollten wir bei Ethereum hier auch nochmal hinkommen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, nochmal einen neuen Trade aufzumachen, um dann möglicherweise diesen letzten finalen Stoß in die Region um 1270 US-Dollar mitzunehmen. Da oben wartet dann das Golden Pocket, eine 4-Stunden-Supply-Zone oder eine größere Supply-Zone und auch nochmal eine Ineffizienz auf uns. Das heißt, das wäre momentan nach dem Plan, den wir hier verfolgen, auf jeden Fall unsere Endzone, wo ich dann wahrscheinlich auch den bei 1153 schließen würde. Deswegen wäre es mir nochmal lieber, noch so einen kleinen Trade offen zu machen hier in dieser Region. Aber auch hier werde ich gegebenenfalls nochmal ein Setup reinposten. Vom Risk schon mal, damit ihr das ein bisschen abschätzen könnt, sollten wir hier bei 1233 reingehen. Auf jeden Fall unter das Golden Pocket, wenn nicht sogar hier in diesem Bereich bei 1215, wäre das Risk bei ungefähr 1,5%. Aber ihr müsst auch dazu sehen, wir haben einerseits schon die Profite von einem anderen Long komplett, sage ich mal, geschlossen und wir haben ja noch den anderen Trade offen. Also das Risk ist deutlich, deutlich geringer. Aber wie gesagt, Setup wird wahrscheinlich noch in den nächsten Stunden dann auf jeden Fall in Telegram kommen. Und dann, ja, wie gesagt, übergeordnetes Ziel hier oben, die 1270, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann momentan. Und dann hier oben wird es sich dann entscheiden. Werden wir hier drüber schließen mit einem Daily Close? Absolut Bullish werden wir es nicht. Gehe ich eher davon aus, dass hier oben unser Top gebildet wird und wir dann nochmal komplett abverkauft werden. Möglicherweise sogar wieder in dem Bereich der 1100 US-Dollar. Aber das wird sich zeigen. Momentan sieht es einfach noch zu gut aus und gegebenenfalls Short-Positionen werde ich dann hier oben auch nochmal zusätzlich eröffnen, weil der wird dann sehr wahrscheinlich ausgestoppt werden. Gut, dann kommen wir noch ganz kurz zu den News. Binance-Expansion schreitet voran. Egal, was man über Binance halten will oder sagen soll. Dafür, dass immer wieder Kritik geübt wird, trotzdem wird hier weiter Leute eingestellt und so. Das gleiche wie bei XRP und so was. Finde ich ganz gut. Deswegen Binance, klar, haltet das Geld nicht bitte auf den ganzen Börsen. Kann ich euch echt nicht empfehlen. Trotzdem für mich Binance immer noch wahrscheinlich eine der sichersten Börsen überhaupt. Gut, und damit war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann heute Abend zu unserem Livestream wieder. 19 Uhr, gerne dabei sein. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, gerne in die Telegram-Gruppe joinen. Und ja, das war es von mir. Wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto.